Oh, das war der Acker! Wahnsinn! Bleib rüber im Auto! Eine Windduse ist das! Guck mal da rüber! Hat alles weggewehrt! Ja, guck mal, ob sie zurückkommt! Ist das alles zu? Ja, ja! Ist das alles zu? Die Wind ist weg! Das war eine Windduse! Das war ein Schlosser! Die Wurschle reingedrückt! Ist ja Wahnsinn! Was meinst du, wie die wütet da drüben? Hoffentlich kommt der Ding wieder zurück! Guck mal da rüber! Ja! Ist ja Wahnsinn! Es ist über Puderkraft! Es ist über Puderkraft! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Das ist ja der Wahnsinn, oder? Guck mal, wie denn die Bäume hier dann weht! Ja! Weißt du, was ihr für den Schwein gehabt habt, dass hier nicht mehr passiert ist? Ja! Na, der Campingplatz zum Schweigen gehabt, dass ich das Ding nicht rübergeheben habe, das ist ein paar Dinge bestimmt kaputt gegangen! Guck mal, das hat ja die Dinge rausgehebeln! Hier die Sachen fliegen, hab ich's nicht! Da sind ja hier die großen Trotten, wie der hohe Land! Hier ist hier hier rüber gedeckt, die ganze Sachen! Hier kam dann noch eine Bolle rübergeflogen! Jetzt muss er gerade nach oben! Das ist schwer hier, aber hier liegt doch alles! Hier, da, das ist der vierstenskundrad! Das kommt raus! Na, wir müssen erst mal gucken, wie geht's drüben, was passiert ist! Das haben wir ja noch nie gehabt, oder? Guck dir jetzt an, wie die Bäume umgeknickt sind, wie Streichhäuser! Ja! 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 Da drüben liegt noch, äh, äh, ein solches Ding liegt noch da! Den Baum ist weggehämmert da oben! Ah! Ja! Ach du Scheiße! Hier, guck mal, noch mal nen Fritz an, wo das Büro, als Büro noch ist! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020